So meine Lieben, wollen wir die Mütze heute fertig stellen? Ich habe hier schon die Dreiernadel liegen. Um sie dann zu schließen, werden wir das Nadelspiel noch mit dazu benötigen. Nur mal so als Info. So, wir hatten 110 Maschen angeschlagen, das heißt Mütze Nummer 7. Weil wir haben es ja nach unserer Formel ausgerechnet gehabt. So, wenn ich jetzt bei Mütze Nummer 7 gucke, wären das 18,5 Zentimeter höher. Das ist dann, weil ja da noch die Abnahmen dazukommen, passt es auch wunderbar auf den Erwachsenenkopf. Wenn wir einen Beanie wollen, schauen wir nach unserem Kopfumfang, den wir hatten. Bei mir waren es 58, das wäre Mütze Nummer 10. Und da wären es 20,5. Dann hat man wirklich eher den Beanie. Durch meine Wollknappheit, die ich jetzt hier so langsam verspüre und die mir echt ein bisschen Angst macht, werde ich auf die 18,5 gehen, das heißt eine richtige Mütze und kein Beanie. Und werde dann mit euch zusammen die Abnahmen machen. So, 18,5, das merken wir uns. Wir haben jetzt eine Mützenhöhe von, na, 13,5. Das heißt, ich muss jetzt 5 Zentimeter noch hoch stricken. Schnappe mir dafür jetzt schon die kleine Nadel, weil wir befreien jetzt wieder die 4er Nadel und stricken alle Maschen einmal von der 4 auf die 3 rüber. Ich meine, zur Not, wenn mein Hell nicht reicht, mache ich halt die Abnahmen dann in dem, das wird dann auch bestimmt nicht schlecht aussehen. Mal schauen. So, jetzt stricken wir erstmal alle Maschen ganz elegant rüber auf die 3er Nadel. So, das Bund schneide ich jetzt erst ab, nachdem ich das rüber gestrickt habe. Einfach aus dem Grund, dass ich es mir aus Versehen nicht durchziehe. So hat es immer noch die Sicherung knäuel. So, jetzt schneiden wir es ein bisschen großzügiger ab, dass wir es auch wunderbar vernähen können. Und können das Bund jetzt erstmal zur Seite legen. Und stricken jetzt unsere Zentimeter, die wir gerade ermessen hatten, jetzt ganz gemütlich und kuschelig einfach, ja, glatt hoch. Ihr entscheidet jetzt, was ihr haben wollt, eine Mütze oder ein Bini oder was auch immer. Und jetzt stricken wir uns da ganz gemütlich nach oben. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich soweit hoch gestrickt habe, uns um die Abnahmen geht. Und ich hoffe wirklich, das reicht. Na, wenn es jetzt eh zu spät. Zur Not müssen wir halt mit dem Rotton, also sprich mit der, dann fertig machen. So, ich mache mal meine 5 cm auf der Dreiernadel, glatt rechts, sprich alle Maschen rechts abstrecken. Und dann sehen wir uns gleich zu den Abnahmen wieder. So, ich bin jetzt bei mir auf Höhe. Und wie ihr seht, ich habe zwischendurch aus Angst, dass die Helle Wolle nicht mehr reicht. Zwei Streifen jeweils in pink gemacht. So, jetzt geht es um die Abnahmen. Wir sind jetzt hier bei unserer Mütze auf Höhe. Den Marker lege ich gleich wieder rein. Wir stricken jetzt jede zehnte und elfte Masche rechts zusammen ab. Das heißt, wir stricken dann beide Maschen einfach rechts und stricken die zusammen ab. Danach eine Runde stricken wir nochmal alles nur drüber. So, danach in der Runde stricken wir jede neunte und zehnte Masche rechts. Dann wieder eine Runde drüber. Dann acht und neun rechts und dann wieder drüber. Dann die sieben und die acht. Auch wieder rechts und dann wieder drüber. Also die immer rechts zusammen. Danach dann jede sechs und sieben rechts zusammen und dann wieder eine Runde drüber. Dann die fünf und die sechs rechts zusammen und eine Runde drüber. Dann stricken wir die, jetzt wird es nämlich ein bisschen anders, die vier und die fünf zusammen. Danach in der Runde gleich die drei und die vier. Danach in der Runde die zwei und die drei. Und danach in der Runde die zwei und die eins. Und danach in der Runde die eins und die eins. Also sprich dann jede Masche. So, das bedeutet, wir stricken jetzt erst einmal den Marker wieder rein. Ich brauche die helle Wolle. Ich werde es jetzt bei mir in dieser Streifenoptik bis hoch machen, einfach weil mir die helle Wolle sonst wirklich nicht reicht. So, also die ersten neun Maschen ganz normal rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Jetzt die zehn und die elf. Da gehen wir durch beide Maschen durch und stricken die einfach rechts zusammen. Und jetzt fangen wir wieder an zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, und wieder die zehn und die elf rechts zusammen. Bei dieser Mützenschließmethode brauchen wir dann relativ zügig das Nadelspiel. Wenn ihr das Nadelspiel nicht wollt und ihr wollt keine glatten Mützenende, das seht ihr dann gleich, wenn ich hier im Prinzip den nächsten Videoabteil habe, da seht ihr dann hier den Abschluss, weil ich stricke das dann gleich durch. Sondern ihr wollt das ohne Nadelspiel machen und ganz einfach, strickt ihr einfach gerade weiter. Und zwar nochmal gut, ja, fünf bis acht Zentimeter nach oben. Kommt drauf an, wie hoch ihr die Mütze haben wollt. So, wenn ihr dann diese Zentimeter nochmal nach oben gestrickt habt, dann schneidet ihr euch den Faden sehr lang ab. Also wirklich recht großzügig. Nehmt ihn auf die Nadel und geht dann mit der Nadel durch jede Masche durch. Nehmt die euch so von der Stricknadel. Danach zieht ihr das Ganze nach innen. Ihr krempelt es dann um, zieht es nach innen fest. Und dann schließt sich das auch ganz automatisch. Das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Oder wenn ihr es glatt haben wollt, dann wie hier. Also das hier ist jetzt eine Möglichkeit ohne Nadelspiel. Wirklich dann nochmal fünf bis acht Zentimeter nach oben stricken. Dann mit der Nähnadel durch jede Masche auf unserer Stricknadel durchgehen. So gehen die dann von der Stricknadel runter. Oder einmal umkrempeln, den Faden mit nach innen nehmen. Also sprich auf die Seite, wo wir die Spannfäden sehen. Vorsichtig alles zusammenziehen und verstechen. Dann sieht das innen so aus. Und ihr habt die Mütze auch ganz wunderbar geschlossen. Ihr müsst aber wirklich diese Zentimeter nochmal einrechnen, weil sich das dann ganz schön rafft. So, wenn ihr das nicht so gerafft haben wollt, sondern relativ glatt, dann macht ihr das bitte so. Und nehmt diese Abnahmmöglichkeit. So, ich strick die jetzt mal schnell durch. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Und dann zeige ich euch mal den Unterschied zwischen der Abnahmmöglichkeit und der Schnellschließmöglichkeit. So, meine Lieben, ich bin jetzt auf der Abnahmrunde, wo wir jede Masche abstricken. Und wie ihr seht, auch schon auf dem Nadelspiel angekommen. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach ab jetzt nochmal mit, weil es sind hier nur noch ein paar kleine Maschen. Ja, hier ging es gerade nicht mehr auf. Hier hatte ich jetzt noch eine Masche und dann lege ich mir die rüber auf die nächste Nadel und stricke die dann zusammen ab. So wie hier auch wieder. Man muss halt dabei dann nur aufpassen, dass man die Masche nicht verdreht. Und ja, ich habe nicht drauf geachtet, die Maschen gleichmäßig auf die Nadeln zu verteilen. Mir war es erstmal wichtig, dass sie verteilt sind und dass man weitermachen kann. So, und hier noch. Okay, jetzt heißt es abketteln. Marker raus, der ist fertig. Wir stricken eine, wir stricken die zweite. Wir heben die gestrickte über unsere erste. Nicht wundern, dass ich die jetzt hier noch nicht, die ganz hier hinten, dass ich die jetzt noch nicht abstricke, weil die gehört eigentlich noch zur Runde davor. Ich hatte meine Runde mitten auf der Nadel begonnen und deswegen liegt diese Masche jetzt im Prinzip fast bis zum Schluss. Wir können uns die eigentlich sogar schon mal ganz frech hier rüber mit auf die Nadel legen. So. Weiter brauchen wir sie ja dann sowieso zum Abketteln. Stricken. Heben. Stricken. Heben. Stricken. Heben. Und die letzte Nadel im Bunde. Stricken. Heben. Stricken. Heben. Stricken. Stricken. Heben. Heben. Es war übrigens Gold richtig, die Entscheidung, den pinken Faden mit reinzunehmen. Der weiße hätte sowas von nicht mehr gereicht. Das ist alles, was ich ja in weiß noch übrig habe. Also wirklich nur noch ein guter langer Restfaden. So, und wenn wir die Mütze jetzt mal Probesetzen Ich tue mal die Fäden weg Seht ihr, dass es hinten auch Dann, hier ist mein Zopf, bitte nicht wundern Aber hier ist alles ganz teuer geschlossen Ich hoffe, ihr seht es Dass ich noch in der Kamera war Das werde ich dann im Schnitt sehen Aber da ist es ja leider schon zu spät Und hier haben wir das Muster Also sie trägt sich Traumhaft schön Echt schön So, aber ich mag Bommeln Deswegen machen wir uns jetzt mal noch eine Bommel So, um die Mütze jetzt fertig zu machen Nehmen wir uns den Pinken Faden und auch den Weißen Faden, das holen wir uns jetzt mal alles auf die Innenseite Das heißt, wir gehen jetzt am besten mit der Häkelnadel Durch das Löchlein Schnappen uns die beiden Fäden Da könnt ihr auch eine größere Nadel nehmen Noch ist das Loch hier relativ groß Versucht nur nicht in den Spannfäden Hängen zu bleiben Jetzt haben wir das hier draußen erst mal schön sauber Aber ganz ehrlich, also so optisch Finde ich das jetzt gar nicht dramatisch mit den Streifen hier So, das ist jetzt der optische Unterschied Schon mal zwischen diesen beiden Verschlussmöglichkeiten Und jetzt wollen wir ja noch unser Bömmelchen haben Ich mache mir das natürlich jetzt aus Materialmangel In Pink In Hell hätte besser ausgesehen Aber was wir nicht haben Haben wir nicht So, ich schneide mir ein Stück Faden ab Lege das zwischen Mittelfinger und Ringfinger einfach so rein Wie ihr seht, ich habe mir den Faden doppelt genommen Und habe mir hier wirklich einfach reingelegt Und jetzt wicke ich mir das Fädchen einfach um die Finger Ich spreize die so ein bisschen Und wicke jetzt hier fleißig drumrum Wicklungen zähle ich da immer nicht Ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl Wann ich denke, okay, jetzt ist die Bommel dick genug Irgendwann drückt dann auch der Faden die Finger dann ein bisschen zusammen Da gehe ich dann aber auch einfach mit Und dann sind die Finger geschlossen Das ist dann der Druck vom Faden Wickelt nicht so dolle, dass ihr dann zum Schluss denkt Euch fallen die Finger ab Also bitte ein bisschen mit Gefühl So, das denke ich mal dürfte reichen Upsala, Entschuldigung So, Schere ab So, Faden abschneiden Jetzt nehmen wir unsere Schlaufe Gehen nach oben weg Zwischen unsere zwei Finger wieder durch Und holen uns jetzt das lose Ende durch Und können das Ganze schon mal so ein bisschen anziehen Jetzt befreien wir unsere Finger Schauen, dass wir schön in der Mitte sind Und ziehen das Ganze richtig an Einmal ordentlich verknoten So, und jetzt schneiden wir hier die Seite auf Entschuldigt das Geplörte draußen auf dem Flur So, da haben wir die eine Seite Und jetzt schneiden wir noch die andere Seite auf So, und fertig sind wir im Prinzip mit unserem Pompom Oder unserer Bommel Also hier die Scheren, die ich hier gekauft habe Die kann man im besten Fall leider in die Tanne schmeißen Waren zwar günstig bei Amazon Deswegen verlinke ich euch die auch nicht Aber schneidechnisch sind die Eine absolute Katastrophe Und ihr wisst ja, ich verlinke euch ja nur Sachen Wo ich von überzeugt bin Das waren 10 Stück an den Scheren Für wirklich relativ kleines Geld Und gerade wir Handarbeiter brauchen ja eigentlich immer Scheren Und bei uns sind Scheren ständig weg Da habe ich mir gedacht, gut, 10 Stück Da hast du schon mal Vorrat Aber, mhm Ich nehme sie jetzt, weil jetzt sind sie einmal da Aber, wenn sie es vermeiden lässt, lasse ich sie weg Papier schneiden sie ganz gut Aber spätestens bei der Wolle Streiken sie So Ich schiebe das jetzt einfach mal so zur Seite Das räumen wir später auf Wir wollen ja weitermachen So, hier haben wir jetzt unseren kleinen süßen Pompom Da guckt noch ein Fädchen raus, Moment Zack So, unseren kleinen süßen Pompom Den legen wir uns jetzt hier oben an die Mütze dran Wie ihr seht, ich habe das Löchler jetzt einfach gelassen Da dieses Weil das schließt sich jetzt sowieso beim Vernähen Greifen durch Wenden das Ganze Und halten jetzt von innen mit der Mütze unseren Pompom fest Haben natürlich im besten Fall unseren Faden schon ineinander Nadel So Und wieder festhalten Und jetzt wird der Pompom hier einfach angenäht Und schon schließt sich da auch das Löchlein Wer das so nicht möchte Der näht es einfach zu Und dann auch noch ganz schön So auch aus dem Look at und da ist er drauf, jetzt gucken wir nochmal, ob irgendwo noch eine Franze schaut, die uns jetzt nicht so gefällt, die frisieren wir nochmal ab und wenn wir das dann so schön fransig haben, wie wir haben wollen, können wir die Mütze aufsetzen und wunschlos glücklich sein. Hier ist jetzt mein kleiner Pompom, okay, das hier bitte ignorieren, das ist immer noch meine Frisur, aber hier haben wir den kleinen Pompom und ich mag die Mütze, ich mag die ganz ehrlich jetzt schon, gefällt mir richtig gut. Und wie ihr seht, ein Strickmuster ist nicht nur was für Kinder. So und jetzt heißt es nur hier innen alle Fäden noch vernähen und dann sind wir auch schon fertig. Also noch ein kleines bisschen Nacharbeit. Ja und dann haben wir doch schon mal mit der ersten Mütze warm auf den Kopf. So, jetzt haben wir eine Einstrickmütze für Kinder, die man aber auch ganz toll auf groß ummünzen kann. Jetzt mache ich mal Werbung für ein älteres Video, das ist auf dem Kanal mit einer blauen und einer grünen Wolle zu finden. Das ist ein ganz, naja, relativ unauffälliges Einstrickmuster. Und dann haben wir jetzt diese hier. Und so wird es auch nicht so langweilig im Schrank. Hier sehen wir nochmal die ganzen Spannfäden, aber die stören wirklich überhaupt nicht beim Aufsetzen. Gar nicht. Also wäre der Angst da, dass die Spannfäden irgendwo stören könnten oder so? Ich finde nein. So, gut, dann vernähe ich jetzt hier noch meine letzten Fäden. Ich drehe nochmal um zum Tschüss sagen. Und dann vernähe ich hier fröhlich weiter. So, meine Lieben, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr habt jede Menge Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Und jetzt sind die Flatingwerte bis zum